Checkpoint! Ich wollt grad sagen... So, der ist weg. Das sind noch diese anderen komischen da mit... Ja, da sind zwei Stützen, ne? Jetzt noch einer. Ja, geht doch nicht. Ich kann doch nicht... Wieso? Ich kann hier doch nicht. Dann kann ich nur zufußen. Was denn? Nö. Jetzt. Jetzt kann ich drei fahren. So. Die dürfen mich nicht von vorne erwischen, ne? Ja. Okay. Ja, fahr mal durch, ne? Gut. Guck mal, sogar ein Problem, wenn man wieder ein Checkpoint ist. So. Ne, dann ich auch jetzt. So, fahr mal durch da. Egal. Geflatzerne geraten. Ich kann doch nicht zielen. Checkpoint. Guck mal hier, das geht doch. Ja. Jetzt. Oh Gott, gespawnt gleich wieder tot. So, jetzt. Stopp. Ja. Oh. Raus und durch die Tür. Raus und durch die Tür. Nein, nein, nein. Du warst schon auf der Treppe. Er bewegt sich noch. Ja, weil du nicht wegfährst. Ja. Ja, ja. Das war ein Volltreffer. Hm. Das war ein Volltreffer. Ich finde das gerade ein bisschen merkwürdig. Das ist ein Checkpoint. War hier schon wieder ein Checkpoint. Hat er gerade gesagt. Ach, meine Nase, ey. Die ist ja am Laufen. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit hier ein Taschentür. Ich hab schon den ganzen Tag. So. Der Ghost zuerst, ne? Ähm. Ich treff die. Die sind auch so klein. Die treff ich ja gar nicht immer. Mit dieser komischen Gauss-Kenne. Ich hau hier immer nur auf Glück rein. Ja, das ist der vom Anfang. Geht nicht. Ich bin kaputt. Geht nicht. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Ja, sag mal. Ja. Unglaublich. Unglaublich.. Ach, ja, ehrlich. Geht das schon mal gut los. Hey, da kommt ja, das ist ein Schuss mit diesem komischen Raketenwerfer und tot ist man. Ja, scheiß auf den Ghost, oder? 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 Ist er weg? Ist er weg? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Was macht denn der Raketenwerfer? Ha, die Reifen quietschen. Hehehe. Na, los. Ja. Ist auch ne gute Taktik. Irgendwo. Einer ist gut. Überall sind tausende. Der Ghost ist weg, wollte ich nur sagen. Da ist hier einer mit so einem Laserbeam. Der ist glaube ich auch weg. Ne, der läuft noch. Läuft hier noch. weiter, woher ... Software кстати wieder hat das, anstbooks ficaulòry. Hier ganz viele Kur translations! Wo schön! Wo ist das nicht? Wo Sache ist der Ge Fool. Wo ist die Welt? Wo ist die Welt einer? Wo ist die Welt für dich? Wo ist dennğ Richtاجam nicht, nicht? Der ist weg Ich muss mal vorhalten mit der Kanone Weil die ist halt Wenn ich direkt drauf ziehe Dann schieße ich die Hand So, weg Und nun Versuch's 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 Mein lieber Herr Gesangsverein Versuch's 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 Ach, er wieder Ach nee, ich dachte, das wäre der Glityspark Versuch's Schreier Schreier Versuch's Die Eikon Ja genau, ja ich dachte das wäre das. Ich hatte ja den ersten Teil, Alter. So, wer ist da jetzt hinter uns? Achso, das sind unsere, ne? Kollegen und Kolleginnen. Das Kollegium. Checkpoint, Gott sei Dank. Gibt's hier was Schönes? Ja. Kann ich das Schwert haben von ihm? Schau, nach vorne. Der Parasite gathersst für einen Attack. Yup. Okay. 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 immerhin nicht gestorben Ja, am besten runterspringen Cool, jetzt habe ich nur kein Schwert mehr, doch inja, das klaue ich Hallo Äh Hey, watch this Look up ahead, the parasite gathers for an attack Wo kommen sie denn? Oh Oh Das war's für heute.